Hey, 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 hey! Set for Rockstars wieder am Start und heute seht ihr ein Gameplay diesmal nicht von mir spielt, sondern von den Pyrorex HD. Danke nochmal an den Pyrorex HD, dass ich den Gameplay nutzen darf und ich schreibe ich unten noch in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt und ein Abo da lassen, ja, und, ja, komme ich in ein eigentliches Thema und, ja, und, ja, es war, es sind schon vier Teile, die in den Gewinnspieler mitspielen wollen und ich blende die mal rein, diesen Teilnehmer-Lotster und, äh, wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt einfach an den Kommandaren, äh, wer mitmachen will, schreibt einfach seinen PSN-Damm dabei und, und dann, ne, hätte ich euch. Ja, das war's eigentlich und, äh, ihr wollt nur an euch Bescheid sagen und, ja, schuld den Daumen nach oben vergewaltigen! Nein, wenn es euch gefällt, ein Daumen nach oben und, ja, ein Abo da lassen würde ich mich gerne so freuen und ich würde immer sagen, auf Wiedergeschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020